Hey, hey, hey! Hallihallo! Wir melden uns wieder zurück mit einer neuen Produktsensation. MitoPlex! Also, wie der Name schon sagt, es hat etwas drinnen für die Mytrochondrien. Aber nicht nur das, sondern unser Körper profitiert allgemein davon. Und ganz besonders, wenn du in der Ketose bist, sei es durch die ketogene Ernährung oder durch die exogene Ketone. Genau, und du hast ganz, ganz viele Mineralien und Spurenelemente, die essentiell sind. Nicht nur für die Ketose, aber auch beim Sport und generell in deinem Lifestyle. Da fühlt mehr Energie und mehr Wohlbefinden. Da ist Magnesium drin, Vitamin B, Vitamin D, Kalium, Zink ist drin und Kreatin, was gut für den Muskelschutz, Muskelaufbau. Und für die Kraft und den Muskelaufbau. Ja, aber nicht nur das, ja. Also eine ganz besondere Sache, die in dem MitoPlex drin sind, weil wir ja auch zum Thema Mitochondrien hier sprechen. Mitochondrien, das sind, ganz kurz gesagt, die Kraftwerken der Zellen. Also hier wird die Energie gebildet. Das heißt, viele Mitochondrien sind super, super wichtig. Und natürlich leider im Laufe des Alters, wenn wir uns nicht bewegen, wenn wir uns schlecht ernähren, dann baut der Körper Mitochondrien ab. Besonders bei Stress oder auch bei, ich sag mal, Schwermetallvergiftung etc. Toxinen. Und unsere Mitochondrien sind unsere Zellkraftwerke, die besonders auch für die Fettverbrennung zuständig sind. Zum Beispiel Sportler machen extra ein Training, um die Mitochondrien zu trainieren, damit der Fettstoffwechsel besser passt. Also genau dann, wenn du auch sagst, okay, mit den Nuts, es geht was voran, aber noch nicht so viel, ist eine super Ergänzung. Viele trinken es auch gemeinsam. Wir bekommen jetzt in Europa welche gleich mit Geschmack. Das heißt, man kann die auch pur trinken. Ich kenne noch welche, die waren pur nicht lecker. Das heißt, nur mit den Nuts trinkbar. Und zum Beispiel, wenn du morgens nüchtern Training machst, ich kenne das zum Beispiel von intensiveren Wanderungen, dann ist es echt gut für den Körper, dass du ihm Elektrolyte auch zuführst, die da drin sind, sodass du halt auch einfach den Körper versorgst und intensiv leistungsfähig bist. Viele auf Getonen nüchtern merken gar nicht, wie viel Power sie haben und kriegen gar nicht mit, wie viel sie schwitzen. Da sind die Mitoplex einfach eine super Ergänzung. Genau. Oder auch, wenn du eben nicht ketogen ernährst, dann verlierst du auch relativ viel Wasser und auch damit Elektrolyte. Thema Ketogrippe ist so eine Sache, die kannst du damit ganz gut entgegenwirken, weil es eigentlich nur ein Elektrolytemangel ist. Ja. PQQ ist drin. Also das ist wirklich so, die haben auch eine besondere Formula, mal wieder wie Pruvit halt so ist. Etwas, das einfach ideal für die Mitochondrien ist und deswegen kann ich nur sagen, rein damit in deinen Körper.